Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zum German Junior TV. Neben mir jetzt die beiden Champions des Herren und Damen Einzels Xin Jingjing und Lin Guipu. Hallo. Hallo. Um, first of all, I would like to ask Xin Jingjing if she's happy. He asked you, are you happy to win the championship today? I'm very happy. She said, very happy. And how about you? Are you happy to win the championship? Are you happy to win the championship? I'm very happy. He also very happy. So, you told me yesterday that you took the tournament to prepare for the World Championship to gain some points for the ranking. So, what is your plans for planning for the World Championship? Yeah, we tried to make the champion. And do you go directly? Do you go back to China or will you stay in Europe for some training or something? Or how do you prepare for the World Championship? We just go back to China and then three weeks hard training and then we will go to Malaysia to play World Junior Champion. And, Xin Jingjing, do you think you can win the ladies' single also at the World Championship? Do you think you can win the ladies' single also at the World Championship? She said she will work hard to try to win this tournament, World Junior Champion. Und wie geht es Ihnen, Lin Guipu? Ich habe nur die Zeit, um sich zu erinnern. Ich habe nur die Zeit, um alle Taten zu erinnern. Ich habe nur diese Zeit, um es zu einfach zu erinnern. Ich habe nur die Zeit, um sich zu erinnern. Ich habe nur die Zeit, um sich zu erinnern. Er hat gesagt, er wollte nur auf jeden Fall auf jeden Fall zu beschäftigen. Und dann erinnern sich die besten. Und die letzte Frage geht es Ihnen. Willst du dich nächstes Jahr sehen? Vielleicht mit einem größeren Grupp, vielleicht mit einigen Double-Playern? Ich hoffe so. Ich hoffe, dass wir mehr Spieler in Deutschland kommen, weil es ein sehr großartiger Turnier ist. Vielen Dank, beide von uns und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder sehen.